Hey Leute, was geht? Paul, Pierre Heute Stumble Girls mit Jonas Wir freuen uns von mir Wir spielen heute Stumble Girls Eine Wette Der Gewinner bekommt irgendwas Der Verlierer bekommt auch irgendwas Vielleicht eine Nackengeschelle bekommt der Verlierer Ey Jonas, du bekommst die Nackengeschelle hier Nee, 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 du bekommst die Nackengeschelle Nee, du Hast du eigentlich so special skin? Botlobby Es muss Botlobby sein Es ist so ein Mittel-Botlobby Es sind Bots und keine Bots Schau mal, ich bin der Er hat einfach so Reingefehlt Ah, wie er so aussieht So wild Okay, es ist ein Botlobby Puh, ich habe einfach so einen Fuchs geboxt Ich weiß, das tut man eigentlich gar nicht Füchse Das ist voll die Tierquälerei Geradeaus ist es nicht 100 Pro geradeaus nicht Ich wusste es Geht Bitte Kannst du eigentlich boxen? Kannst du eigentlich das hier? Oder das hier? Okay, ich will ihn gerade drinnen Leute, wir sehen uns in der Runde Leute, wir haben Lost Temple Lost Temple Lost Temple Eine Map Die ich eigentlich normalerweise feiere Also die ich eigentlich sehr Ich feiere Lost Temple Richtig Du? Ihr wisst, dass ich nicht verstehe jetzt Das Bots einfach Äh Bei Äh Teilfolds war Ganz Gleich am Anfang Äh, starten Aber bei anderen Maps Halt nicht Baah, du bist da so runtergefehlt Jetzt geht es um die Wurst Ein Bot ist sogar weiter als du Hilfe, das ist gruselig Ich hab mir wirklich was Ich hab mir wirklich einen härteren Gegner vorgestellt Nicht so ein weicher wie du Ja, 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 ja Ja, ja, ja Das sehen wir doch im Endgängen Was, ich will die Box Warte, was Was Kann dich jemand Ich wurde gepasst Ja Digga, schau mal wo ich bin Ha Ich Ja, okay, ich werde Ich glaube ich schaffen Bam Du wurdest Du wurdest Du wurdest Geboomt Geboomt Ich weiß, dass es so Eure Lange Warte, weiter, komm Okay Scheiben Kleister Wir sollen wir Sehen uns in der nächsten Wunde Finale Einfach Jetzt Ich würde mich über Lama Lange freuen Jetzt geht es Richtig um Die Super Slide Jetzt geht es um die Wurst Ich habe ja extra Gerade noch Eben vorher Ein Video Mit Tipps Und Tricks Angesehen Für dieses Video Und ich bin Schon mal reingejuckt Weißt du was das coole ist Was Ich habe keine Ahnung Was reingejuckt Jetzt gehen wir mal auf diese Seite Leute Nicht auf die Auf die jeder geht Aber weil Hier gibt es eine Abkürzung Oh Mann Wenn ich die jetzt Schaffe Verwehre es Zieh Hast du eine win? Hast du eine win? Nein 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 Mist Leute Ich sauf schon Ich trinke schon Latella Weil ich Siegesgefühl habe Bro Ich habe Ich freue mich Ich war gerade noch bei der Ungefähr bei der letzten Es geht jetzt halt um die Wurst Musst du wissen Einfach so ein Bot erster Oder Aber er ist nicht mehr Ich mache Abkürzungen Ich bin Abkürzungszeit Oh mein Gott Ich bin erster Bäm Ich so Oh mein Gott Oder Ich bin erster Schade Rinka Rinka So ehrenlos So ehrenlos Dieser kleine Typ Qualified Oh Leute Wir haben Super Slide Wie Bernd sagt Du bist Super Slide Wie ist Der kleine Typ sagt Sabas Sabas Slide Wie Hunde Dieser Saber Oder Saber Lecker Saber Oh mein Gott Du kannst dich halt Mit Kiki Mode Voll Weil drüber Was Was Wieso Karma Kassiert Ich will den Trick Ich will den Trick verstehen Einfach Weiß die Bots gehen halt Weiß die Bots gehen halt Die Bots gehen halt Schade den Trick schaffe ich nicht aber ich hätte mich wirklich ich würde mich wirklich noch über eine runde block der sprang bitte qualifiziert ja 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 okay aber kannst du auch boxen eigentlich warte ich darf dich nicht ich darf dich nicht krätschen dafür darf ich den krätsch kiki mode zum vorposten benutzt oder oder auch nicht wo bist du gerade wo bist du gerade sicher oder da habe ich noch den ersten leute nur eine runde noch okay ja wenn du jetzt wo ist müssen wir noch eine runde spielen wenn ich jetzt eine win hole dann bin ich habe nämlich besser als du jonas kaufst du eigentlich auch den kickpass weiß ich nicht ich bin noch immer dort wo ich runter gefallen bin egal komm rauf lassen fight da oben machen box ist ein box weiter oben machen wer zuerst runter fällt ist die hat verloren und zwar nicht ich eigentlich auch also ich bin feierbar aber ist gar kein bisschen Seht ihr es, Leute? Ha! Der Paul will nur angeben. Ha, bitte. Ha! 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 Ich hätte jetzt so gern Hack-Emot. Haha... Newstampegeist außer einer. Lost Temple. jetzt geht es um die richtig um die knackwurst ich bin besser als du weil ich tricks und tipps aus youtube-videos mir anziehe siehst du ich bin ich bekomme gleich von der fünf euro steam karte oder sogar mehr der gewinner bekommt irgendwas da darf sich der gewinner bekommt irgendwas von verlierer das darf er sich aussuchen das darf sich der gewinner auch so war jetzt kommt doch zu kleiner ich kenne gar kein bisschen aber dann müssen wir noch eine runde zocken vergisst das nicht wenn du jetzt will holst selber so schön aber ein triumf machen wir noch ein macht man noch glückssatz mit alle drei darauf habe ich jetzt auch noch bock aber wenn ihr back leckt ist es halt komisch besser ja die 75 ehrenloser koch und mein chef und ich bin auch ein chef ja jules ein token leute ich will dieses angebot kaufen habe leider kein geld aber das aber machen jetzt zwei solches sind vielleicht bekommen wir einen neuen skin zauberer blizzard ja episch aber den habe ich schon doch nicht mr pig mr pigling und da einmal noch ich will unbedingt so ein duplikate und bestens so ein episches duplikat habe ich nicht schade ja sie muss in der nächsten in das beim nächsten mal ja 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 Vielen Dank.